Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zu Node.js als kleine Ergänzung für die JavaScript-Reihe hier. Denn Node.js ist eine wirklich wichtige Ergänzung, die ihr für fortführende Videos basierend auf JavaScript eben braucht. Und ich habe das bisher ein bisschen vernachlässigt, das tut mir sehr leid, aber ich möchte das in diesem Video kurz nachholen, beziehungsweise vielleicht machen wir auch mehr als ein Video dazu. Okay, was ist erstmal Node.js? Naja, Node.js ist vieles in einem. Das heißt, erstmal ist natürlich so, dass JavaScript erstmal nur im Browser ausgeführt werden kann. Und das ist ja auch so gewollt. Aber es hat sich gezeigt, es wäre ganz geil, wenn man es irgendwie lokal testen kann, es wäre ganz geil, wenn man es irgendwie anders verwenden kann und wenn man es vielleicht auch mit einer Paketverwaltung verknüpfen würde. Das heißt, Node.js erlaubt euch erstmal wirklich JavaScript auf eurer Maschine auszuführen. Es ist völlig egal eigentlich, ob ihr jetzt ein Linux habt, ob ihr ein Windows habt, ob ihr ein Mac habt. Es geht auf allen Systemen. Und das ist natürlich nice, denn dann könnt ihr auch solche Sachen machen wie lokale Server in JavaScript. Also zum Beispiel das, was ihr mit JavaScript oder Python Flask machen würdet, kann man auch mit JavaScript machen. So muss man für Web eigentlich nur noch eine Sprache wirklich richtig gut lernen und das ist eben JavaScript. Außerdem könnt ihr dann mit npm, dem Node Package Manager, könnt ihr sehr, sehr viele Bibliotheken zusätzlich installieren. Das haben wir sogar schon gemacht hier. Wir haben mit Angular gearbeitet, wir haben mit React gearbeitet und das kann man damit auch super gut machen. So, dazu mal ganz kurz zu Node.js. Ihr bekommt hier immer die neueste Version. Wenn ihr updaten wollt, dann einfach die neueste Version runterladen und dann einfach installieren. Und ja, dann können wir hier einfach auf die Installation durchlaufen lassen. Wir akzeptieren, weil wir sie natürlich gelesen haben. Wir gehen hier auf Next, auf Next und wir installieren auch Chocolaté, was übrigens auf Python basiert. Könnt ihr auch direkt mit installieren, wobei ich das jetzt hier nicht brauche, wenn man es genau nimmt, weil ich habe es schon. Und ja, dann können wir das ganze Ding eigentlich schon installieren. Wenn ihr fertig seid, dann seht ihr dieses Fenster hier. Wie gesagt, einfach durchlaufen lassen und dann ist schon fertig installiert. Wir öffnen mal ganz kurz PowerShell und ja, hier lasse ich einfach mal ganz kurz beispielhaft mal was laufen. Und zwar kann ich hier mit Node einfach in einen JavaScript Editor reinkommen, beziehungsweise JavaScript Command Line sozusagen. Und ich kann hier tatsächlich einfach hergehen mit console.log. Kann ich einfach irgendwas, irgendwas ausgeben. Das hat wunderbar funktioniert und ja, das ist auch tatsächlich genau das, was wir ja machen wollten. Wir wollten JavaScript lokal ausführen. Das könnt ihr weiterhin so machen und ja, natürlich funktioniert das. Wir gucken uns gleich noch ein Beispiel an, wie man das auch wirklich benutzen kann. Mit NPM, das ist die, wie gesagt, der Node Package Manager oder auch Narcoleptic Patch Mangler, wie manche ihn liebevoll nennen. Der hostet natürlich sehr, sehr viele verschiedene JavaScript Bibliotheken und ihr könnt die einfach installieren. Ich gehe jetzt hier einfach mal raus wieder und wir können natürlich dann ganz einfach hierher gehen und NPM install und dann den Paketnamen hier verwenden. Ganz kurz zu den Paketnamen und ja, ich weiß, die Farbe ist sehr, sehr grell. Hier habt ihr wahnsinnig viele Pakete, die ihr hier finden könnt. Und ihr könnt hier einfach mal tatsächlich, beziehungsweise nicht da drauf, sondern hier auf die Search gehen. Und ihr könnt hier einfach mal irgendwelche Pakete, keine Ahnung, irgendwas, Danger zum Beispiel oder Data Format oder DayJS oder, oder, oder. Ja, also das sind wirklich mindestens so viele wie bei Python drin, ungefähr so viele, würde ich sagen. Es sind wirklich sehr, sehr viele von dem Ding. Uch, da habe ich meinen Wecker vergessen. Okay, also wie gesagt, einfach euer Paket installieren mit NPM install und dann euren Paketnamen. Das werden wir allerdings in zukünftigen Videos noch häufiger verwenden. Deswegen werde ich das jetzt hier nicht weiter zeigen. Was viel interessanter ist, wir wollen, wie gesagt, natürlich hier irgendwie, naja, was ausführen. Und dazu habe ich jetzt mal hier ein kleines JavaScript-Beispiel angelegt. Und wir können hier natürlich auch mal ganz kurz eine PowerShell öffnen. Und wollen hier drin jetzt mal zum Beispiel ein NPM-Projekt initialisieren. Es geht natürlich noch sehr viel komplexer, aber eigentlich kann ich hier sehr, sehr simpel auch einfach meine JavaScript-Datei sozusagen lokal ausführen. Und Node.js liefert euch gleich ein schönes Paket mit, und zwar das HTTP-Paket. Das könnt ihr hier tatsächlich einfach mit, war HTTP ist gleich, äh, require, 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 hallo, require, okay, wird mir nicht vorgeschlagen, warum auch immer. Ähm, require HTTP verwenden. Und ja, dann könnt ihr euch direkt einen Server bauen mit HTTP-Punkt und dann einfach über Create Server. Dann habt ihr sozusagen einen lokalen Server aufgemacht, der einfach angesprochen werden kann. Äh, wir packen uns jetzt hier mal eine Funktion rein. Und ja, ich weiß, das ist nicht das modernste JavaScript, aber wir benutzen das ja hier auch nur zum Beispiel-Code zeigen. So, ich darf das Semikolon hier hinten noch nicht vergessen. Okay, die Funktion machen wir mal folgendermaßen, und zwar sagen wir einfach mal Res, also die Resource Punkt, ähm, write, write, head. Und, ähm, sagen hier, wir wollen bei einem 200er-Code, ähm, einmal den Content-Type zurückgeben, und zwar auf, ähm, text-slash-HTML. Und, ähm, das nächste, was wir machen wollen, wir wollen Res.end ausgeben, und zwar geben wir einfach nur ein Hello World aus. Hello World, das ist sozusagen der Hello World-Code für, ähm, für euren JavaScript-Server. So, wenn wir den jetzt starten wollen, können wir ganz einfach hergehen und in die PowerShell wechseln und hier ganz einfach das Ding direkt starten. Das heißt, wir müssen nicht irgendwie vorher was initialisieren, irgendwie was starten, sondern wir können es starten, als wäre es zum Beispiel eine Python-Datei. Ähm, Node-Example habe ich es genannt. Und, ja, jetzt läuft das ganze Ding. Äh, natürlich, wenn ich nicht vergessen hätte, whoopsie, ähm, ihn hier auch zuhören zu lassen. Ähm, das ist nämlich eine, sagen wir mal, Const dazu. Const-Server ist, ups, ist gleich das hier. Und jetzt sagen wir hier server.listen. Und wir können hier einen Port angeben, auf dem zugehört werden soll. Und zwar sagen wir einfach mal 8080 dazu. Okay, ähm, und ja, jetzt können wir das Ganze einfach speichern und können wieder zurück in unsere PowerShell. Und wir starten das Ganze nochmal. Und ihr seht, das Ganze returnt jetzt nicht mehr. Das heißt, es läuft wirklich im Hintergrund mehrfach. Ähm, und ja, jetzt gehen wir einfach mal in den Browser. Und tadaa, auf Port 8080 läuft jetzt eine Applikation, die einfach nur Hello World zurückgibt. Das ist wunderbar. Und wie gesagt, damit kann man jetzt sehr, sehr viel machen. Man kann Lokal-Server in JavaScript haben. Man kann ebenso Sachen wie Angular haben. Wie gesagt, das hier ist ein Basis-Video. Da gibt es noch sehr viel, was darauf aufbaut. Und ja, das werden wir in zukünftigen Reihen wahrscheinlich sogar behandeln. Wie gesagt, Angular und React haben wir ja schon gemacht. Und das ist quasi als Ergänzung gedacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.